Jawoll. So, den Fuß mal so halten, dass er unten ist. Also das heißt, immer gedrückt halten. Jetzt mit dem Fahrradbremshebel, den man jetzt in der Hand hat, genau. Aus. In die Vorderwärmste, ganz, fast nach vorne. Und jetzt kann man da losfahren. So, können wir es mal. Und los. Fahrt. Oh, das hat ja halbe Kraft daraus. Wir fahren in den Bahnhof, den ich überhaupt nicht. Macht da wieder etwas Sand ausschüttet. Und dann ist es dunkel. Da hinten, da machen wir die erste Bremsstube. Wo es dunkel wird. Jetzt noch zu rollen und dann... Ja, dunkel wird machen wir die erste Bremsstube. Jetzt. Da rollst du die erste, die zweite. So lassen, so lassen, so lassen, so lassen. Die dritte, so lassen, laufen lassen. Und dann die vierte. Laufen lassen, nein, laufen lassen, so lassen. Kommt genau hin. Wie viele Bremsstufen hat der? Fünf und dann die maximale ist die Schnellbremse. Das ist was ich jetzt will. Und ein 481 hat 4,4. Wunderbar, bitte. Und ein 481 hat 4,4. Der hat da eine Stube. Aber die kann man besser bedienen. Nee, überhaupt nicht. Der 481er gefällt mir besser. Um Gottes Willen. Also, ich fahre diesen Zug schon seitdem.